Die nächsten zehn Jahre werden mehr Einkommensmillionäre hervorbringen als jemals zuvor. Denn die rasante Digitalisierung, der akute Fachkräftemangel und die aktuelle KI-Revolution unserer Gesellschaft bieten gerade für alle riesige Chancen, um in die Oberschicht aufzuschneiden. Keine Angst, wir werden hier bei Teaching Finance keine unseriösen Schnell-Reichwert-Versprechen machen. Aber wenn du dieses Video bis zum Ende schaust, dann wirst du wissen, wie du diese Chancen auch für dich nutzt, um kalkulierbar und realistisch finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Denn wir werden dir unfassbar wertvolles Insider-Wissen zum Thema Geld verdienen, Businessaufbau, Karriere, lukrative Geschäftsmodelle und Unternehmertum an die Hand geben. Und das Beste ist, dieses Know-how wird dich keine 10.000 Euro kosten, sondern ungefähr nur so viel wie ein Fitnessstudio-Abo. Und das Beste ist, dieses Know-how wird dich keine 10.000 Euro kosten. Dieses Video ist komplett kostenlos, wird deine Perspektive aber für immer verändern. Dazu aber später mehr. Zuerst will ich dir kurz erzählen, warum wir uns dazu entschieden haben, diese brandneuen Inhalte nicht mehr länger zurückzuhalten. Hi, mein Name ist Kami und zusammen mit meinem Geschäftsmartner Maurice habe ich dir in den letzten drei Jahren eine der größten Plattformen für finanzielle Bildung in Deutschland aufgebaut. Mit 1,6 Millionen Follower auf TikTok, Instagram und YouTube. Seit drei Jahren posten und produzieren wir bei Teaching Finance jeden Tag mindestens zwei Videos auf allen Plattformen zum Thema finanzielle Bildung. Wir haben täglich Multimillionen von Menschen erreicht, unser Wissen weitergegeben. Wir wurden von Christian Lindner ins Finanzministerium eingeladen, waren bei der Tagesschau zu Gast und Millionen von Menschen haben wegen uns angefangen, den Finanzmarkt zu verstehen. Und Tausende haben begonnen, ihr Geld klug zu investieren. Vielleicht gehörst du auch dazu. Doch in dem Gespräch mit unseren Followern ist mir eines immer wieder aufgefallen. Die Preise und Lebenshaltungskosten sind seit 2023 aufgrund der Inflation exorbitant gestiegen. Selbst wenn du ein solides Gehalt von 3000 Euro hast, kannst du nicht mehr als 100, 200 Euro pro Monat investieren, ohne auf Lebensqualität zu verzichten. Doch das wahre Problem ist, diese 100, 200 Euro werden unsere Rente nicht retten. Nicht deine, auch nicht meine. Unsere Eltern werden, wenn sie in Rente gehen, ebenfalls nur schlecht über die Runden kommen, ohne ihren Lebensstandard drastisch zu senken. Für sie ist es zu spät. Das heißt, wir müssen uns nicht nur um uns selbst kümmern, sondern auch um unsere Eltern, wenn wir ihnen etwas zurückgeben wollen. Und wir wissen, von was wir reden. Maurice und ich, wir stammen beide aus Arbeiterfamilien. Und nicht falsch verstehen, ich stehe immer noch zu 100% hinter ETFs und investiere selbst rein, um ein passives Einkommen aufzubauen. Das ist uns eine Herzensangelegenheit. Aber mit 100 bis 200 Euro lösen wir das wahre Problem nicht, weil es uns nicht wirklich finanzielle Unabhängigkeit und Selbstbestimmung ermöglicht. Unser Ziel muss es sein, dass du zuerst mehr Geld verdienst, bevor du investierst. Dass du 500 oder 600 Euro konsequent wegsparen kannst, ohne dich einschränken zu müssen, sodass du später mal eine Million Euro oder mehr im Depot liegen hast. Sodass du dir jährlich dann über 40.000 Euro oder mehr als passives Einkommen auszahlen kannst. Unser Ziel muss es doch sein, dass du so viel verdienst, dass sich die ganzen Preiserhöhungen nicht jucken. Dass du dir und deiner Familie auch mal etwas gönnen kannst. Dass du deinen Eltern etwas zurückgeben kannst. Dass du Urlaub machen kannst, wo du willst. Und dass du dich nicht von einem arroganten Chef vomitieren lassen musst. Und vor allem, dass du bei einer Tätigkeit nachgehst, die dich wirklich erfüllt. Denn ich sehe bei der Generation Z und den Millennials, die unter unseren Followern sind, aber auch bei unseren Freunden, einen Haufen von jungen Menschen, die frustriert sind, weil sie einer Ausbildung, einem Studium oder einem Job nachgehen, nur um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Oder weil sie keine Ahnung haben, was sie sonst machen sollen. Das ist doch kein wirklich erfüllendes, selbstbestimmtes und finanziell erfolgreiches Leben. Und genau deshalb haben wir uns bei Teaching Finance Ende 2023 dazu entschieden, unserer Community noch viel stärker dabei zu unterstützen, ihr Einkommen zu erhöhen. Mit einer Bandbreite von Inhalten, die es im deutschsprachigen Raum so noch nie zuvor gegeben hat. Das Besondere daran ist, wirst du nicht mehr nur Inhalte zum Thema Money Mindset, passives Investieren oder finanzielle Absicherungen finden, sondern du bekommst von uns ab jetzt Schritt für Schritt gezeigt, wie du dein Einkommenspotenzial als Angestellter und als Selbstständiger voll ausschöpft. Von der Gründung eines eigenen Businesses über raffinierte Verhandlungstestigen und Führungstestigen im Job bis hin zu ausgefeilten Karriere-Strategien ist alles dabei. Wie ein Schweizer Taschenmesser, mit dem du dein Einkommen erhöhst und finanzielle Unabhängigkeit erlangen kannst. Unabhängig davon, ob du dieses Ziel als Unternehmer oder Angestellter erreichen willst. Dabei bekommst du ausschließlich bewährtes Praxiswissen an die Hand, das schon zahlreichen Community-Member zu überwältigenden Einkommenssteigerungen weitergeholfen haben. Später in diesem Video wirst du noch einige Beispiele sehen. Ich wünschte, ich hätte das damals mit 18, 19 oder selbst mit 23 gehabt. Es ist der rote Faden, durch den ich selbst so viele Fehler auf dem Weg zu Wohlstand und finanzielle Unabhängigkeit vermeiden hätte können. Denn die neuen Inhalte sind so unfassbar wertvoll für jeden, egal ob man Erfolg als Angestellter oder als Selbstständiger anstrebt. Du willst dich selbstständig machen und am besten von zu Hause oder deinem Laptop aus dein Geld verdienen, auch wenn du noch keine Geschäftsidee hast. Dann let's go! Wir zeigen dir, wie du dein eigenes Business von Null auf startest. Du erfährst, welche lukrativen Geschäftsmodelle heutzutage wirklich funktionieren. Und das Beste ist, du kannst diese wertvollen Skills auch gleich noch von den besten Experten im deutschsprachigen Raum erlernen, sodass du dein eigenes Business sofort starten kannst. Darunter Video Cutting, Filmmaking, virale Reels, Copywriting, E-Commerce, Webdesign, die Implementierung von AI-Tools oder auch Sales und Vertrieb und Telefonverkauf. Das alles findest du in unserem brandneuen Club. Natürlich zeigen wir dir auch detailliert, wie du Marketing und Sales meisterst, sodass du dann auch kontinuierlich Kundenanfahrten hältst. Und ich verspreche dir, du lernst das alles von Leuten, die das nicht nur in der Theorie irgendwie erklären, sondern die das alles in der Praxis umgesetzt haben und mindestens Millionen damit verdient haben. Vielleicht denkst du jetzt, dass Geld im Internet zu verdienen etwas Schlechtes und Unseriöses sei. Oder nur für Menschen mit einem großen Talent möglich ist. Oder dass diese Menschen einfach Glück gehabt haben. Diese Denkmuster sind veraltet und passen nicht mehr in die heutige Zeit. Doch die Wahrheit ist, der deutsche Mittelstand hatte noch nie so einen großen Bedarf an digitalen Dienstleistungen wie jetzt. Er hinkt hinterher und lächzt regelrecht danach, wie ein hungriger Hund mit dem internationalen Vergleich nicht den Anschluss zu verlieren. Und da draußen gibt es so viele junge Leute, die haben diese unfassbar großen Chancen in den letzten Monaten extrem für sich genutzt. Und glaub mir, du kannst das auch. Wir zeigen dir wie gesagt noch konkrete Beispiele dazu. Wir selbst machen übrigens genau damit, mit unserem Consulting-Unternehmen nebenbei sechsstellige Monatsumsätze, weil wir dem deutschen Mittelstand zeigen, wie sie mit viralen Videos eine Millionenreichheit im Internet aufbauen. So, wie wir es bereits selbst getan haben. Falls aber eine Selbstständigkeit nichts für dich ist und du lieber als Angestellter den maximalen Erfolg willst, bekommst du von uns Schritt für Schritt gezeigt, wie du von der Uni in die Chefetage kommst, wie du dich maximal überzeugend bei deinem Traumarbeitgeber bewirbst und wie du mit cleveren Verhandlungstaktiken deinen Wunschgehalt bekommst. Auch, wenn du keinen hervorragenden Abschluss hast. Und obendrauf bekommst du selbstverständlich auch die Inhalte, für die wir bei Teaching Finance von Anfang an stehen. Das heißt, du bekommst Schritt für Schritt gezeigt, wie du dein Geld mit Aktien, ETFs und Krypto passiv für dich arbeiten lässt, ohne unnötige Verluste zu riskieren. Wie du massiv an Steuern sparst, auch als Angestellter. Wie du hohe Gebühren und Provisionen in Finanzprodukten vermeidest. Und wie schützt man sein Vermögen so, dass es für die kommenden Jahrzehnte sicher und dennoch im Notfall schnell verfügbar ist. Und das Geniale ist, du zahlst für diese Inhalte nicht etwa auf einen Schlag 10.000 Euro wie bei anderen Coaches. Nein, du zahlst nicht mal einen halben Kaffee pro Tag, 47,90 im Monat, wenn du dich jetzt dazu entscheidest einzutreten. Da ist die Frage doch nicht, wie viel es dich kostet, Teilnehmer zu sein, beizutreten. Die eigentliche Frage ist doch, wie viel es dich kostet, nicht Teilnehmer zu sein. Denn schau, du bekommst als Mitglied ausschließlich bewährtes Praxiswissen von uns, von renommierten Experten, von Top-Unternehmern und Multimillionären. Andere Coaches lernen nur die bloße Theorie und verlangen überteuerte Preise. Doch bei uns bekommst du nicht mal einen halben Kaffee am Tag. Und das mit ausschließlich den Inhalten, die sich in der Praxis bewährt haben und wirklich in der Realität für Resultate gesorgt haben. Wie zum Beispiel bei Büni, der sein Gehalt als Angestellter nach nur wenigen Wochen verdoppelt hat. Oder Elias, der bei uns Social Media Marketing gelernt hat und dadurch heute fünfstellige Monat fertig. Oder auch Jetmeer, der durch uns Vertrieb gelernt hat und dadurch fünfstellige Monatsumsätze macht. Oder auch Leonie, die jetzt über 234.000 Euro mehr aus ihren Investments rausholt. Nachweisbar. Oder Mario, der sein Gehalt ebenfalls um über 50% gesteigert hat. Und zu guter Letzt auch Jan, der mittlerweile sechsstellige Monatsumsätze macht, weil er gelernt hat, wie er sein Business im digitalen Zeitalter erfolgreich skaliert. Und auch du kannst all das als Mitglied schon bald erreichen, wenn du die Inhalte und Ratschläge so umsetzt, wie wir es dir empfehlen. Mit prägnanten Videos im Mitgliederbereich führen wir und unsere Experten Schritt für Schritt in die Umsetzung. Du wirst Teil einer großartigen Community von Gleichgesetnten. Und zusätzlich erhältst du von uns exklusive Einladungen zu wertvollen Veranstaltungen und Events, sodass du dir alle teuren, zeitaufwendigen und frustrierenden Fehler auf dem Weg in die finanzielle Unempfälligkeit ersparst. Mir war verdammt wichtig, dass sich die Branden und Inhalte wirklich jeder leisten kann. Denn ich will das Leben von euch wirklich verändern. Meine Geschäftspartner und ich, wir sind auf das Geld nicht angewiesen. Doch wir möchten euch ja das zurückgeben und euch für eure Treue belohnen. Deshalb ist hier extrem viel Arbeit eingeflossen und wir haben auch externe Expertise mit eingenommen, damit du den maximalen Mehrwert für dich rausziehst. Das hier ist also eine absolute Overdelivery für das, was du hier investierst. Ein absoluter No-Brainer. Denn der Preis ist ein absoluter Witz im Vergleich zu dem Value, den du hier bekommst. Also, worauf wartest du noch, wenn du in 2024 für dich und deine Familie das Fundament für ein Leben in Wohlstand erschaffen möchtest? Wenn du dich von der Abhängigkeit deines Arbeitgebers befreien willst? Oder auch, wenn du dir in deinem Leben einfach mal mehr gönnen willst, ohne so viel darüber nachzudenken? Dann klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung und hol dir den Zugang für nur 47,90 im Monat, solange dieser Preis noch gilt. Denn wir werden schon bald den Preis dafür wieder erhöhen, weil die Inhalte eigentlich viel zu wertvoll sind für diesen mickrigen Preis. Ich hoffe, du triffst die richtige Entscheidung. Alles Gute und bis bald. Dein Kamja von Teaching Finance.